Ach, gegen den war Bolverkre gut. Ich glaube, es ist kein Problem, aber... Das war's für mich. Okay. Okay. So. Okay. Das war's für mich. Das war ein verletzteres Verletzter. Wenn Menschen zu solchen Mitteln greifen, nur um zu überleben, aber sie einfach ins Gefängnis zu stecken, ist wiederum auch keine Lösung. Ich glaube, dass ich nicht nur ein Mensch zu sehen, sondern ich glaube, dass ich nur ein Mensch zu sehen. Ich glaube, dass ich nicht so wichtig bin, dass ich nicht so wichtig bin. Ich glaube, dass ich nicht so wichtig bin. Hey, du, warte mal! Du scheinst ganz schön stark zu sein. Wenn du jemanden suchst, dann probiere es da drüben. Wenn du jemanden besuchst, komm hier entlang. Wenn du jemanden suchst, dann komm hier entlang. So, jetzt habe ich dir reichlich geholfen. Nun gib mit meinen Heller. Kein Heller, für dich. Aber du bist doch schon ein großes Mädchen. Aber du bist doch schon ein großes Mädchen. Mahl, du bist ja Hermann zu machen. Wenn du jemanden zuACst, findest du gucke2, oder? Baby ist pathways, Moment, immer sehr Ihr eigenes Geh Bis zum nächsten Mal. Was ist das? Das war's für heute. Oh Gott! Ah, he's putting a Takut! Das war's für heute. Ich weiß nicht. Entfernte Verwandtschaft wahrscheinlich. Valkyrie, du bist okay? Du hast keine Angelegenheit, und du hast keine Angelegenheit. Du hast keine Angelegenheit, und du hast keine Angelegenheit. Du hast keine Angelegenheit, aber du hast keine Angelegenheit. Die gab es aber in der Demo auch schon. Du musst sie natürlich noch freischalten, ne? Aber die hast du doch bestimmt in der Demo freigeschaltet. Das ist doch diese Fähigkeit hier. Warte mal, welche Fähigkeit war das? Nee. Hm, hier ist es schon mal nicht. Ist es auch nicht. Da. Diese Fähigkeit hatte man doch vorher schon bekommen. Ja, ja, du und 15. Wieso glaube ich dir das nicht? Ja, wie gesagt. Und dann Viereck drücken, wenn der Gegner nicht mehr viel Leben hat. Dann macht die das manchmal. Wer weiß, vielleicht hast du die Gegner auch mit Dreieck kaputt gekloppt am Ende. Halt, weil du wahrscheinlich mit Viereck angefangen hast und mit Dreieck beendet. Und dann waren die tot. Das kann nämlich auch sein. Das kann nämlich auch sein. Meist spams die Viereck. Ja, okay. Oh, ich kann hier wieder was lernen. Warum lernen wir das? Was? Was ist denn das für mich? Physischer Angriff. Ich mach mich einfach stärker. Als nächstes sollte ich mal auf Heil umgehen. Okay, weiter geht's denn da. Ich hab bis jetzt... Oh. Was? Oh, nö. Oh, nö. Hier habe ich zwei vergeben. Was? Aber... Das Spiel will ich mich verarschen. Ist jetzt ein grünes? Sind noch zwei blaue Funke? War vorher noch nicht da. Wo freust du dich schon aufs Wochenende? Hast du denn was Bestimmtes geplant am Wochenende? Nicht im Besitz vom Booteneingangsschluss, so. What? Oh, wir sind wieder in einem anderen Zocken und Pizza essen. Das klingt nach einem Plan. Da ist er doch, der Schlüssel. Kriegen wir denn einfach so eine Gegenwehr? Der ist ja nicht gerade versteckt. Ist das vielleicht die Gegenwehr? Aber das wird auch nicht immer geträgt, merke ich gerade. Was? 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 Die G跳? Da war mal. Und da war uns... Deid ти genauer, ob ich keine вони. Einbe dachte ein... Das war's für mich. Dark Yaggern klingt auch super. Klingt auch super. Ja, Wochenende wird prima und am Wochenende, wie gesagt, ist ja nicht in der Liste, aber spielen wir The Query. Also, am Morgen nur Uhr starten wir das mal. Aber vorher spielen wir noch ein bisschen Genshin und und, äh. Batman. Ähm, bin ich schon wieder zurückgelaufen? Ja, ich bin zurückgelaufen. Alter, was mach ich denn da? Ein Hebel? Ja, ich bin zurückgelaufen. Ja, ich bin zurückgelaufen. Ja, ich bin zurückgelaufen. Ja, ich bin zurückgelaufen. Oh, da ist noch eine Nebenmission. Ja, ich bin zurückgelaufen. Ja, ich bin zurückgelaufen. Es ist eine Lechse. Sie haben eine Lechse. Tamashiii! Junge Dame, hast du einen kurzen Augenblick für einen alten Mann? Ja, einst war ich Kaufmann. Es gab vor langer Zeit ein Schwert, in das ich mich auf den ersten Blick verliebte. Aber als ich es endlich in die Hände bekam, erlosch meine Lebensglut. Das Schlimmste ist, dass ich nicht mal weiß, ob es echt war. Darum möchte ich deine erfahrene Meinung hören. Sorry. Ich glaube, Darkie ist eingeschlafen. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ich glaube, Darkie ist eingeschlafen. Ah, okay. Alter. Den Sprung schaffe ich noch. Gibt es noch einen Sprung? Einen Dribble Sprung? Bist du am DLC dran, Dark? Ach komm, den Sprung muss man doch irgendwie schaffen. Ah, okay. Okay, da kommt man nicht ran. Nee, man kann ja damit nicht greifen oder so. Ist das eine Fähigkeit? Einen Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich versuche es einfach, aber es geht nicht. Ich versuche es nicht mehr, aber es geht nicht. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Ah, ich weiß jetzt, wie man da hinkommt. Glau Recypher? Eins von Cyphers Seelenrelikten, ähnelt einer Arzneiflasche, die mit dem Mittel gegen die Epidemie gefüllt war. Oh, yeah. Böse oder nicht? Aber Cypher ist ja Eis, unser Eischarakter. Gefängnis für eine Händlerseele, Cyphers Pfeile. Wie, um Cyphers spätige Psyche wieder zu spiegeln, rasselt eine seilrunzige Pfeile auf der Valkyre nieder und versperrt ihr den Weg. Okay, die Pfeile fügen sowohl der Valkyre als auch den Gegnerschaden zu. Okay. Das war's für mich. Wenn du in der Welt umfassst, dann kannst du mich nicht beantworten. Alter, wie heftig die sind. Was ist das? Oh nein! Ich bin nicht mehr nahe! Abgenutzter Abacus, eins von Cyphers Seelenrelikten, ähnelt einem Abacus, dem ihm seine Mutter schenkte, als er ein Kind war. Alles klar, Selina. Wünsche dir gute Nacht und danke, dass du da warst. Cyphers. Diese Welt ist in der Nahrung. Ich bin in meinem Hand und bin ein Inferior. Wie kann ich das mit dem Anfänger sein? Ich habe vorher nicht gesagt, dass ich mich nicht ausgesprochen habe. Ich weiß nicht, warum ich es nicht ausgesprochen habe. Ich habe die Schleuchte, die sich nicht ausgesprochen hat. Ich verstehe das. Ich weiß nicht. Warum? Ich habe keine Angst vorhanden. Ich habe keine Angst, dass mein Mann mit dem Hammer ist. Ich habe keine Angst vor allem, dass ich nicht in der Welt sein, aber es ist nicht zufrieden. Ich konnte es nicht so gut sein, dass ich es nicht so gut sein kann. Hey, Cypher. Die Welt war sehr anders als meine Zeit. Ich weiß nicht, dass meine Eltern zu retten. Ich bin jetzt nicht mehr als Mensch. Ich bin jetzt nicht mehr der Fall. Aber ich glaube, ich bin noch nicht so. Ich glaube, dass ich noch nicht mehr so verletze. Ich habe noch keine Ahnung, dass ich mich nicht mehr so verletze. Oh, das ist das, was ich? Ich bin... Ich bin nur ein Wettbewerb. Es ist nur das, was ich. Wenn alles wegzunehmen, dann wird das Geheimnis nicht weitergehen. Sei-Fa, du kannst dir die Welt救en. Ein Herrier ausrüsten. Oh, brauche ich nicht. So, Hagelschuss ist da, also würde ich Salve auch da. Oh, wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.